Drücken. So, wie lange habt ihr Ferien in der Schule? Richtig nicht anschauen. Ja, ich weiß es nicht mehr, also... Nee, ich hab keinen Plan. Na ja, auf jeden Fall sind wir immer recht lang. Ja doch, eigentlich schon, aber wir haben dann ja auch wieder im Februar Faschingsferien und dann gehen wir Skifahren. Nee, mit Oma und Desi und die Michi, wenn sie mitkommt. In Kren. Kren. In Österreich. Was machst du so bei dir zu Hause? Ach, ich lese Bücher und schaue Videos an, für die ich nicht komme, wenn ich sie denen Gelegenheit habe, ins Internet zu gehen. Und das ist jetzt gerade mal über Weihnachten und Neujahr eben nicht der Fall. Also, so kann ich da viel nacharbeiten. Ach ja, ich muss ja die Kamera noch da drin verstanden. Ach so, ja. Tschüss. Tschüss.